Willkommen zu einer neuen Folge hier bei WasWir und heute ist Weihnachten, Leute. Ich wünsche euch alle ein frohes und gesegnetes Fest. Nur ich kann es nicht haben, weil Flexi einfach weg ist. Es ist jetzt einfach weg. Ich habe in der letzten Folge was zu essen geholt und ein paar Snacks zum Feiern, dass wir Grinch wieder lieb gemacht haben nach der erfolgreichen Operation. Und jetzt gehe ich raus und Flexi ist nicht mehr da. Das kann doch nicht sein und das ist alles an Weihnachten. Was ist hier los, Mann? Wenn ihr wisst, wo Flexi hin ist, dann sagt es mal bitte, Mann. Ich rufe den jetzt erst mal zusammen mit euch an. Das kann doch einfach nicht sein, dass Flexi nicht mehr da ist. Leute, hier ist Klingelt, ey. Gehen wir mal ran. Ich gehe da ran. Er muss ran. Ihr wisst doch, er liebt Videos für euch zu machen. Ich liebe es genauso. Und mit Flexi macht es einfach doppelt so viel Spaß, doppelt so viel Action, doppelt so viel Spannung. Alles zwei. Uns gibt es auch nur im Doppelpack, Mann. Cayman und Flexi ist ohne Flexi. Cayman ohne Flexi. Geht doch ran. Schaut es euch mal an, wie süß er hier lächelt, Freunde, Mann. Geht nicht ran, Mann. Aber wenn er nicht ran geht, dann ist irgendwas zugestoßen. Dann muss irgendwas der Grinch ihm angetan haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn ihr auch glaubt, dass der Grinch Flexi irgendwas angetan hat, entführt, etc. Lasst mal ein Like da und abonniert den Kanal. Dann sehe ich ungefähr, wie viele Leute denken von euch, dass Grinch die Flexi entführt hat. Lass mich mal überlegen, Mann. Was könnten wir machen, wenn Flexi nicht rangeht? Wenn er nicht rangeht, dann starten wir die Drohne. Denn er kann ja nicht so weit weg sein. Er kann ja nur ein paar Meter entfernt sein. Er ist ja vor zwei Minuten erst abgehauen. Der Konste Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Nein, das kann doch nicht sein. Flexi, Mann. Leute, Mann. Erst klingelt es. Ihr seht, es ist sein Handy ausgeschaltet. Flexi würde niemals sein Handy ausschalten. Er würde es nicht mehr machen. Der Grinch hat den Flexi entführt. Und er startet nicht sofort. Wir löschen die Drohne, oder? Ich würde sagen, dann fliegen wir sofort da los und suchen Flexi in 3, 2, 1. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen nach Flexi. Ich vermute, dass Flexi vom Grinch entführt wurde. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe ihn angerufen zweimal und er geht nicht ans Telefon. Das ist nicht normal und er kann nicht so weit weg sein. Flexi ist maximal vor fünf Minuten weggegangen oder entführt worden. Ich habe keinen Plan. Und deswegen suchen wir jetzt das ganze Gebiet ab. Aber ich sehe nichts, Mann. Warte mal. Freunde, Freunde, da vorne ist was. Seht ihr das? Ich fliege näher, Mann. Das könnte doch Flexi sein. Alter, wenn das jetzt Flexi ist, dann fress ich den Besen. Dann haben wir Flexi gefunden. Dann kann ich Flexi vielleicht helfen und retten. Wow, Freunde, Mann. Was geht ab? Der Grinch hat Flexi in der Zwickmangel, Alter. Schaut euch das an. Grinch, hör doch auf, du Schwein. Oh mein Gott. Schaut euch mal an, was der böse Grinch mit meinem geliebten Flexi macht. Ihr liebt doch alle Flexi. Also im Grunde lasst mal ein Like da und abonniert den Kanal von Flexi. Abonnieren ist Kostos und vielleicht können wir mit jedem Abo Flexi retten. Alter. Schaut euch das an. Flexi wehrt sich, Mann. Flexi. Alter, warum macht Flexi nichts? Grinch ist doch viel zu stark. Ja, Grinch ist fünfmal stärker als Flexi. Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Jetzt fliege ich sogar noch fast in den Baum und crash die Drohne. Mein geliebter Flexi. Alter. Guck mal, er versucht zu sein. Komm. Ja, Flexi, renn. Renn, Flexi, du schaffst es, Mann. Freunde, ihr seht es doch. Flexi, er will in die Anmachrichtung. Er will zurück zu uns. Zu uns, zu mir, zu euch. Zu Kalmen ohne Flexi. Was ist hier los? Warum? Warum? Ihr wisst eins nicht. Flexi ist übertrieben schnell. Er muss go. Alter. Leute, ihr habt ihr es nicht gesehen. Er spurt zurück. Nein. Oh mein Gott. Freunde, ich dachte gerade, ich habe die Drohne gecrasht. So haarscharf war ich kurz davor, die Drohne zu crashen. Alter, Flexi, jetzt renn doch. Flexi, renn. Du bist frei. Warum rennt Flexi nicht? Alter, Mann. Ich kann das nicht mit angucken, was hier mit Flexi passiert. Oh mein Gott, sie kämpfen. Flexi kämpft gegen Grinch. Ja, Mann. Flexi, zeigst den Grinch. Zeigst den blöden grünen Grinch. Ja. Oh mein Gott, Flexi schockt den Grinch. Was geht jetzt ab? Ja. Ja, Flexi, renn. Renn. Oh mein Gott, Flexi, freier rennt. Ihr seht, der Grinch verfolgt den Flexi. Aber ich habe euch erzählt, dass Flexi übertrieben schnell ist. Guckt euch mal. Mit Leichtgeschwindigkeit rennt der Flexi. Und guckt mal, der Grinch kommt nicht mal hinterher. Der Grinch ist so dick und fett, dass er es nicht schafft. Alter, Mann. Ich hoffe, Flexi kommt jetzt sofort zu uns nach Hause. Ich hoffe, er schafft es zu uns. Er hat sich befreien können. Alter, Gott sei Dank. Der Grinch hat die Verfolgung aufgegeben. Das heißt, Flexi konnte sich befreien. Ich hoffe, dass Flexi gleich hierher kommt, Mann. Schaut euch hier an, Sun. Der Grinch hat es aufgegeben. Er winkt ab. Ihm ist egal, ob Flexi in seiner Gefangenschaft ist. Aber warum macht der Grinch dann sowas? Warum entführt der erst mal Grinch? Hä, aber ich check's nicht. Warum entführt Grinch-Flexi? Was geht hier ab, Mann? Heftig. Und jetzt? Jetzt läuft er hier rum. Und was ist sein Ziel? Er entführt Flexi. Der Grinch entführt Flexi. Flexi kann sich befreien. Dann versucht Grinch, Flexi zu fangen. Flexi ist aber viel schneller als der Grinch. Und jetzt läuft er weiter. Wo ist denn der ganze Sinn gewesen, Flexi zu entführen dahinter? Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Moment mal. Warum geht denn der hier jetzt in das Grundstück? Was macht der da? Der öffnet die Mülltonnen? Freunde, warum schaut der in die Mülltonnen rein? Was macht der da? Oh mein Gott, Flexi! Flexi, Mann! Flexi, du hast es geschafft, Alter! Flexi, Mann, wie kann ich das? Man hat es... Flexi, was geht ab? Ich kann dich doch nicht alleine lassen. An Weihnachten, heute ist Weihnachten. Danke, dass es geschafft ist, Mann. Flexi, was geht denn jetzt ab, Mann? Alter, der Grinch hat dich hier gepackt und alles. Habt ihr das alle gesehen, oder was? Oh mein Gott, es ist Weihnachten. Weihnachten ist gerettet. Aber Flexi, Mann, wir müssen weiterfliegen. Wir können doch an Weihnachten Grinch nicht gewinnen lassen. Schau dir das mal an. Hast du Grinch noch da? Ja, Lucky, ich bin wieder da. Oh mein Gott, der hat gerade in die Mülltonnen geguckt. Und jetzt, er geht rauf auf dem Grundstück. Sehr gut, dass du doch Grinch immer noch mit der Drohne überwachst. Aber erzähl mal, was war da los in der Gefangenschaft? Grinch war so böse zu mir. Was ging da ab? Oh mein Gott, du hast Grinch wirklich noch live auf der Drohne? Leute, lasst jetzt alle mal ein Like. Dafür kämen seine Flugfinste. Alter, lass mal lieber ein Like dafür flexen, dass er sich befragen konnte, aus Grinch seinen Fängen. Wie hast du das geschafft, Mann? Wie ging das ab? Ja, ein bisschen gekämpft. Und dann hatte ich die perfekte Position und bin um mein Leben gerannt. Wir haben es gesehen, Flexi. Wir haben live, haben wir alles live gesehen. Wir haben es alle gesehen. Ich habe alles gesehen, Mann. Ich habe gesehen, wie du entkommen konntest, Mann. Perfekt, Mann. Aber das Wichtige ist, was hat jetzt Grinch noch an Weihnachten vor? Weil ich bin ja jetzt wieder im Hauptquartier bei was wir. Das habe ich euch auch gefragt und ich habe... Ah, Bluie? Was macht denn Bluie da? Bluie und Grinch? Was geht jetzt ab? Arbeiten sie zusammen oder so? Weiß ich nicht, der geht runter auf die Knie. Der Grinch geht runter. Nee. Arbeiten sie zusammen. Warte mal, nein, der ist weg. Bluie ist abgehauen. Besser für Bluie. Die arbeiten nicht zusammen. Bluie hat ja Angst. Ihr wisst ja, Bluie ist böse und der Grinch auch. Vielleicht sind die verstritten und vielleicht hassen die sich. Die hassen sich, oder? Mal schau doch mal. Bluie ist wieder ganz schnell abgehauen. Weißt du, was ich mir vorstelle? Der Grinch sucht jetzt was? Der Grinch hat letztes Jahr dem Bluie seine Geschenke geklaut und kaputt gemacht. Und jetzt wird sich Bluie ein Grinch rächen. Könnte das sein, Leute? Es kann sein. Alter, was ist das? Er sucht immer noch Bluie. Schau doch mal, er ist langsam aufgesucht. Aber weißt du, was krass ist? Er hat dich verfolgt, du hast über die ihm schnell. Ich musste. Es war die einzigste Möglichkeit. Er hat aufgehört zu rennen. Gott sei Dank, Mann. Er hatte keine Chance gegen dich. Entweder war ich zu schnell und Grinch hatte keine Lust mehr, glaube ich. Warte, der geht aufs Feld. Hä? Die Straße geht doch geradeaus weiter. Oh mein Gott, warte. Aber er geht da extra in diesen... Was ist denn das? Schotterweg. Schotterweg, aber da läuft sonst kein Mensch. Du hast recht. Wer läuft denn da rum, bitte? Niemand. Der sucht doch. Der sucht doch jemanden. Er hat Verfolgungswahn, Leute. Was geht jetzt? Erst hat er mich verloren und jetzt hat er Bluie gesehen. Ihr kennt doch alle Bluie. Ich weiß auch nicht, was der vorst. Da ist Bluie. Da ist er wieder Bluie. Da kommt Bluie. Und Bingo, oder was, Lee? Hä, was macht Grinch jetzt? Ich habe keine Ahnung. Leute, ihr habt es gesehen. Bluie ist da. Und jetzt sucht er. Grinch sucht Bluie. Wo ist jetzt schon wieder Bluie in? Die süße, böse Bluie und der böse grüne Grinch. Ist doch eine Hündin. Oh mein Gott. Du siehst, der redet mit sich selber. Ja, er denkt immer noch Bluie wäre da. Oder er ruft sie. Bluie. Vielleicht hat er sich nur in den Bluie eingebildet. Wir haben ihn doch auch gesehen. Und ihr habt ihn doch alle doch auch live gesehen. Leute, wenn ihr Bluie gesehen habt, lasst alle mal ein Like da. Patten like. Wenn ihr auch Bluie gesehen habt, ich bin mir ganz sicher. Und du auch, Kemen. Ich bin einfach nur froh, dass du hier bist Flexi, Mann. Weil Kemen und Flexi ohne Flexi ist nur Kemen ohne Flexi. Dafür gibt es ja das Umzeichen, Mann. Kemen und Flexi zusammen. Und das an Weihnachten, Leute. Jetzt nochmal ganz kurz für euch alle. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich dachte schon, mein Weihnachten ist ruiniert, Mann. Aber Gott sei Dank. Aber ich bin ja 20, 12, 23 mit Flexi. Du, Mann. Der Twitch, 17 Tore. Nein. Wir haben dich aufgemacht, Leute. Nein, Leute, Mann. Er guckt doch genau hin. Er hat uns die Tore hinterlegt. Doch, er hat sie in den Text. Er hat genau hingeschaut. Wir haben kurz nicht aufgepasst. Alter, Mann. Dies war abgelenkt, Mann. Wegen Weihnachten. Wir feiern alle Weihnachten. Das Geschenk an Weihnachten. Auch mit uns. Ja, genau. Was macht der Grinch? Was? Der sucht die Drohne. Du hast recht. Der sucht die Drohne. Alter, guck mal. Selbst Lucky freut sich, dass du hier bist. Unglaublich. Alle freuen sich, dass Flexi wieder zu. Es war auch Arsch. Der Grinch rett. Der 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 Rett schneller, aber uns die Drohne ist viel schneller. Geh Lucky, alles in Ordnung. Oh mein Gott. Wir haben auch voll auf die Frage, dass Flexi da ist. Nein, 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 nein. Ich habe es gerade noch gesagt. Okay, Lucky. Lucky hat mich abgelehnt. Ich bin gegen den Baum geflogen. Die Drohne. Wo ist die Drohne hin? Ich bin gegen den Baum geflogen. Liegt die Drohne auf dem Boden? Doch, die Drohne liegt auf dem Boden. Die liegt doch gerade auf dem Boden. Hab ich gesehen. Alter, guck mal. Und jetzt? Oh ne. Da läuft der Grinch. Da läuft der Grinch. Was macht der Grinch? Kannst du sie irgendwie starten? Ich kann nichts machen. Ihr seht es. Nein. Die bleibt jetzt für immer da auf dem Boden. Ja, ihr seht es. Guck. Und Grinch, hat er sie entdeckt? Ne, er läuft weiter, oder? Nein. Er dreht sich um, Leute. Leute, Grinch dreht sich um. Wo geht der jetzt ab? Weiter. Er läuft direkt. Er läuft direkt. Ich gucke die Kamera zu, oder? Das ist doch ganz genau, wo er hinläuft. Er läuft direkt zur Drohne. Direkt zur Drohne. Und er lacht. Er schlicht die Hände voll in den Boden. Und schau mal, wie langsam er läuft, weil er weiß, wir können nicht mehr wegfliegen. Es geht nichts. Guck mal, Leute. Ihr seht es hier live. Es funktioniert nichts. Weißt du, was das bedeutet? Ich wurde befreit, hab mich selbst befreit, aber jetzt ist unsere Drohne in Grinch seinen grünen Händen. Aber besser als du in seinen Händen, Mann. Guck mal, jetzt guckt er uns genau an. Wie gruselig ist das denn? Er guckt uns genau an. Was soll er machen? Er zeigt mir den Finger von uns. Er zeigt, was hat das zu bedeuten? Wir müssen irgendwie Grinch und die Drohne wieder jagen. Wir müssen eigentlich jetzt hinterher zu Grinch. Respekt. Das bildet es aus. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, Kevin. Leute, die Kamera ist schwarz. Und wir wissen immer noch nicht, was Grinch vorhat an Weihnachten. Kevin, ich kann es nicht glauben, dass der Grinch unsere Drohne hat. Ist doch egal, wir können uns eine neue Drohne kaufen. Das Wichtigste ist doch, dass du wieder zurückkommst. Nein, Kevin, es geht hier ums Prinzip, dass es unsere Kevin und Flexi was wir Drohne und Grinch hat sie in seinen grünen Händen. Du hast recht. Natürlich könnt ihr eine neue Drohne kaufen. Die kostet 400, 500 Euro, aber es geht darum, dass Grinch unsere Drohne nimmt. Wer erlaubt es Grinch einfach unsere Drohne zu nehmen? Oder sie kaputt zu machen? Ich weiß nicht mal, was er vorhat. Genau, der Grinch nimmt auch immer die Geschenke von euch weg. Weihnachtsgeschenke. Und jetzt hat er unser Geschenk genommen, nämlich die Drohne. Unser heiliger DJI-Prior. Und das war an Weihnachten. Das können wir Grinch nicht durchgehen lassen. Auf gar keinen Fall können wir das dem bösen grünen Grinch durchgehen lassen. Eben, an Weihnachten zu 100 Prozent. Nur die Frage ist, Helmen, was machen wir jetzt? Leute, habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir das mit dem Grinch hinkriegen? Dann schreibt mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Wie soll man was machen? Wir können es so machen, dass einer von uns zusammen die Fährte aufwählt. Man, wir fahren da hin und du bewacht. Ich habe eine Idee. In der Drohne ist doch ein GPS. Die können wir tracken. Dann wissen wir, wo die Drohne ist. Und da, wo die Drohne ist, auch Grinch. Und das Gute ist, die Fernbedienung haben wir noch. Und die Drohne ist noch mit Batterie. Und solange die Batterie nicht aussieht, können wir sie folgen. Da können wir der Drohne hinterher. Wartet. Aber einer kann gehen. Und der andere muss hier im Hauptplatz jetzt bleiben bei Hund Lucky, falls der Grinch zurückkommt. Weißt du, ich gehe nicht. Soll ich gehen? Du gehst immer. Dieses Jahr wird es nicht anders sein. Warte mal, wo ist unsere Fernbedienung? Hast du die Fernbedienung? Hier ist die Fernbedienung, Freunde. Kannst du die Drohne tracken? Alter. Dann wissen wir, wo Grinch um die Drohne ist. Leute, Mann, wie krass ist das? Dann wissen wir jetzt, wo die Drohne um Grinch ist. Das heißt, du machst dich auf den Weg. Ich beschütze das Hauptplatz hier. Aber warte mal, Flexi. Der bewegt sich übel schnell. Der bewegt sich mit 15 kmh, dem ich immer nur bin. Was, der fährt Zugbahnflugzeug oder was? Ich glaube, der fährt ein Lastenfahrrad. Ein Lastenfahrrad? Ja, oder? Wo fährt man denn Fahrrad heutzutage an Weihnachten? Nee, Mann, wer ist denn so verrückt? Überleg mal, der fährt an Weihnachten. Stell dir mal vor, du willst den Kühlschrank transportieren und hast so ein Lastenfahrrad. Er fährt zurück in seine Höhle. Er fährt zurück in sein Hauptquartier. Der hat einen Schlitten, Mann. Das fährt genauso schnell. Schlitten. Nimm Schlitten, natürlich. Natürlich. Kann sein Fahrrad, Mann. Ja, dann würde ich mal sagen, hinterher, oder? Leute, soll ich gehen? Du musst flamen. Ihr lasst ein Like da. Für unsere Drohne, Leute. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.